Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 20. Mai 2021. Ein Ufo wurde über den Ist-Anbul-Ebenen gesichtet. Sieg mal, da oben, das ist ein Vogel, sicher ein Flugzeug. Nein, das ist Erde-Graskinder. So in etwa könnte eine Augenzeugenunterhaltung abgelaufen sein, als sich herausstellte, dass es sich bei dem Flugobjekt um Erde-Graskinder handelte. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wann wird diese Geschichte denn ausgestrahlt? Wie amüsant. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Ufo da an, der 20. Mai war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.